Die Revolution der Erfrischungswelt ist hier. Telephysik24 und Physik-Chocola präsentieren die Limo für jeden Geschmack. Wie jeder Softdrink, verschwindet sie auf Wasser, Zucker und Chemikalien. Und der Geschmack lässt sich eigentlich nur aus der Farbe erkennen. Das Besondere an unserer Limo ist aber, dass sie mehr als eine Geschmacksrichtung annehmen kann. Ein und dieselbe Limo kann je nach Wunsch Zitronengeschmack, Kiwigeschmack, Cola-Geschmack, Erdbeergeschmack oder Orangengeschmack annehmen. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Bestellen Sie jetzt für nur 1,99 Euro pro Liter auf telephysik24.de Enthält erhebliche Mengen Natronlauge, Telephysik24 übernimmt keine Haftung für schwere Verärzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere Trinken, entstehen. Moin Steffi, ich wollte mir was zum Mittagessen kochen. Willst du auch was essen? Boah, nee, also sorry, aber ich bin eben schon fast hier auf dem Zeug eingeschlafen und ich glaube, ich soll lieber mal ins Bett gehen. Boah, was ist das denn für ein Lärm? Um Mitternacht, was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, aber es kommt aus dem Adventskalender. Gehen wir mal schauen. Steffi, jemand klopft von innen an das Törchen. Dieser Wichle scheint es besonders eilig zu haben. Eigentlich bin ich viel zu müde, um jetzt noch ein Törchen aufzumachen. Aber bei dem Lärm kann ich echt nicht schlafen. Frohes Neujahrs! Und, habt ihr schon Vorsätze fürs neue Jahr? Also, ich habe mir vorgenommen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Oder zumindest nur noch wenig. Wenig. Ja. Eine Sekunde. Es ist doch noch gar nicht. Moment. Küstlich! Auch einen Schluck? Äh, nee, danke. Äh, wie dem auch sei. Ich bin neulich in diesen Adventskalender eingezogen und wollte Silvester feiern. Da ist mir aufgefallen, dass ich gar keine Silvesterraketen habe. Könnte ich mir von euch vielleicht welche, äh, brauchen? Äh, nee, tut mir leid. Wir haben auch noch gar keine. Das liegt nämlich daran, dass... Macht nix! Selbstgemachte sowieso am schönsten. Folgt mir einfach und bringt außer euch noch eine leere Flasche mit. Was war denn mit dem kaputt? Und hat er uns etwa gerade als Flasche bezeichnet? Äh, als leere Flaschen sogar. Naja, wir sollten besser machen, was er sagt. Mit Verrückten sollte man sich nicht anlegen. Das habe ich gelernt, als ich damals in der Psychiatrie gejobbt habe. So, wir feiern jetzt gemeinsam Silvester. Und zwar machen wir das in Teamarbeit mit professioneller Aufgabenteilung. Ihr führt das Experiment durch und ich gucke zu. Aber heute ist... Dafür musst du diese Flasche in diese Vorrichtung da einspannen. Los, los, los. Einspannen. Und du nimmst die Luftpumpe und pumpst fünfmal. Aber heute ist doch noch gar nicht... Moment. Pump erst mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und jetzt den Nebel, den Nebel, den Nebel, los. Yes. Und was jetzt passiert ist, war folgendes. Durch das Pumpen war ein Überdruck in der Flasche. Der Überdruck hat die Luft aus der Flasche nach unten rausgedrückt und dabei die Flasche nach oben gedrückt. Das nennt man Impulserhaltung. Aber in der Flasche war jetzt nur Luft, wie in euren Köpfen. Wir können das aber ändern. Und zwar, indem wir da Dehydrogenmonoxid reinfüllen. Auf eurem Niveau ausgedrückt, Wasser. Geh mal da hinten hin und hol die Tasse und den Trichter. Und dann musst du in die Flasche etwas von dem Wasser reinschütten. Mehr. Mehr Dehydrogenmonoxid. So ist gut. Okay. Und jetzt? Nimmst du wieder die Flasche, Mädchen. Und spannst sie da ein. Und... Ja, ja, genau. Hilf mal mit. Aber heute ist doch noch gar nicht... Fünfmal! Sehr gut. Wer pfeift, kann nicht reden. Und jetzt pumpst du wieder fünfmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Los, den Hebel. 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 Juhu! Danke klar! Wasser ist schwerer als Luft. Wenn nun das Wasser aus der Flasche gedrückt wird, wird gleichzeitig die Flasche stärker nach oben beschleunigt. Es ist immer noch diese Impulserhaltung. Die Flasche stößt sich sozusagen am Wasser ab. Aber heute ist doch noch gar nicht Silvester. Ist doch noch gar nicht Silvester. Wir haben erst den 10. Dezember und noch nicht den 1. lassen. Oh, das wusste ich nicht. Naja, hm, drei Wochen mehr zu trinken. Aber wenn heute erst der 10. Dezember ist, dann war doch auch noch gar nicht Weihnachten. Ja, genau. Dann habe ich ja noch zwei Wochen, um dem Weihnachtsmann meine neueste Geschäftsidee anzudrehen. Stellt euch einmal vor, der Weihnachtsmann steht mit seinem Rentierschlitten im Stau. Oder noch schlimmer, die Rentiere streiken. Den Streik müsste ich eigentlich mal anzudrücken. Äh, dann braucht er eine Alternative. Und hier habe ich den Raketenschlitten.